3, 2, 1 Ich laufe gerade weiter und habe hier irgendwie eine Hütte gefunden. Okay. Soll ich eine Hexenhütte oder so? Nein, also eine Hexe. Ups. Habe ich vorhin vorbeilaufen sehen, aber hier an der Hütte jetzt noch nicht mal eine Tür an der Hütte. Oh, tatsächlich, da ist eine Hexe drin. Super. Ob ich die Tod kriege? Ja, eigentlich schon. Soll ich die Scheibe kaputt machen? Der guckt schon so böse. Erinnert mich hier wieder an nichts ist das. Hammer geil, erinnert mich, wenn der erstmal in Treibsand steckt. Erstmal ein Stückchen in den Treibsand klaut. Oh, die hatten Flächen in der Hand. Alter! Der werft mich mit irgendwelchen Gift. Hier sieht gerade jemand durch den Wald. Ein bisschen. Schaut man das ein bisschen hier an. Oh, Marble. Gar nicht. Dach. Vorhin noch gesehen. Wir haben viel Kürbis oder was. Alter, der hat uns ja nochmal erwischt. Boah, zum Glück wirkt das Gift nicht so stark. Zweimal hintereinander. Ja, das ist schon gut. Du lebst immer mit einem halben Herz. Normalerweise. Stipp dir nett. Komm her. Komm her, wenn du dich drauf auf. Komm. Na komm. Wie viele Flaschen hast du noch? Nichts mehr. Auf. Schau dich mal her. So, ich bin einen Kilometer weit weg. Und spinne. Muscht das jetzt. Was ist das? Ein Skelett. Mit goldener Rüstung. Ich würde den auch zu sich auch. Hier haben könnte, kann ich auch. So, war da noch Zucker, was ich mitnehmen wollte. Genau. Oh. Warum stirbt die Böde Hexe nicht? Ah, Leute. Hast du vielleicht keinen Bogen? Leute, das ist jetzt eine Zombieherde. Ah, fuck. Ich kann nicht mehr fliegen. Ich bin Hexe. Was? Muss das jetzt passieren? Warum? Kommen da noch mehr von denen? Ja, jetzt kommen Zombies. Ach ne, die schieben. Okay, die schieben sich gegenseitig ab. Das ist auch gut. Ja, macht nur. Ja, super. Viel Spaß dabei. Ich gucke mir grad die Hütte an. Was haben wir denn da? Spruce Sapling. Was ist das? Die Glasflaschen. Toll. Die Kiste nehme ich aber mit. Das sah grad so aus, als wenn in dem Felsen irgendwie eine Hütte oder so sei. Aber war leider nicht. Hier schon? Vielleicht noch nicht. Kommen wir ins Sumpfbiom. Vielleicht finde ich da ja auch so eine schöne Hütte oder so. Tür nehme ich auch noch mit. Okay, die Tür hätte ich gern mitgenommen. Wie schon? Ganz ne normale Kuh, so wie es aussieht. So. Ich weiß. Fliegt jetzt Richtung Heimat. Hier tut er es mal. Warum? Folge den roten Punkten. Dass die Welt soweit laden, wenn ihr alle nicht mehr leckt. Ist klar, ein paar Schafe hier. Erstmal snacken. Wo wächst eigentlich, äh, ja. Was hast du, wie hast du es genannt? Zuckerrohr. Zuckerrohr in der Wüste. Die Wüste bei uns in der Nähe habe ich aber schon komplett leer gemacht. Oh, goddammit. Soll ich dir sagen, was ich gefunden habe? Zuckerrohr? Döte Karotten. Aha. Hier überall. Döte Karotten wäre nicht schlecht, um Tiere anzuloggen. Zuckerrohr. Juhu. Hast du noch gefunden? Ja. Über anpflanzen und dann Prümer. Ich meine, ob du noch überhaupt welche gefunden hast dort in der Wüste? In einer anderen Wüste. Tausend Endermann, die da offenbar Abendgymnastik machen. Wohl zu Tage nennt man es schon Abendgymnastik. Aber das sind keine Endermann, das sind irgendwelche Pokémon wahrscheinlich wieder. Boah, jetzt weg hier werden doch ganz schön viele. Da haben wir es gespawnt. Ich wüsste mal das. Seit wann kämpfen Schwein und Skelett gegeneinander? Ja. Schon seltsam. Das Fleisch gehört mir, das nehme ich mir noch. Tschüss. Was habe ich jetzt hier bekommen? Keenäppel habe ich bekommen. Ohja, jetzt habe ich richtig viel Wolle, sage ich dir. So. Verwandle dich. Da vorne ist ordentlich, ich sehe eine. Da habe ich mich verwandelt. Dammit. In den Schaf. Loll. Es gibt Seen. Die sind schwarz. Wenn du dort reinfällst, hast du den Widder-Effekt auf dir. Okay. So empfehle ich dir nicht reinzugehen. Der macht hier ganz schön viel Schaden. Ich habe groß die Wüste hier. Ich habe Pferde gefunden. Nein, jetzt bin ich ein Pferd. Oh goddammit. Das bringt es aber nicht. Da kann man noch die reiten. Ich weiß aber. Nur würde ich gerade nicht sein. Der eigentlich gerade war. Okay. So hier zu killen. Also wie viel habe ich gefunden? Ich habe 48 Stück von dem. Ich nenne es das. Der Rohr gefunden. Was gefunden? 48 Stück Zuckerrohr. Okay. Noch ein paar Ampin-Apple mit. Vielleicht kann man die hier auch wieder anpflanzen oder so. Ich weiß es nicht. Wo waren die Hütte öfter? Ich habe mir den Körper. Hallo, son. Ist einfach so. Ich balziere eine Hütte. Mit. einer Hexe. O-Wim-Bi-Bi-Witsch. Die beiden lassen gar nix, bei Brot drin, wow, wow, das zinniert so wie friedlich groß Das heißt, wenn nur die Bäume sind in manchen Wäldern Unerköpfchen, wo ist das schon? Echt spinntöten für Strings, weil ich war echt ein Rucksack Ja, Spinne Schwein Stimmt Wieso verwandt du schon wieder ein Schwein? Ich war doch eben erst ein Schwein Ja, es gibt verschiedene, also es gibt unterschiedliche Schweinearten Ach so, die einen heißen Peep und die anderen heißen Entityk Traitor Name, ja auch so Ja genau, bei dem Entityk bla 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 hab ich schon so viele, sag ich dir Ich glaub da hat der Spawn nicht hingehauen Ich hab bei den Kühen, wo ich gerade davor stehe, die sind alle ineinander Ok Was kommt man hier noch? Ja noch Spitz, rote Blätter Ich möchte gerne wieder Ledermaus sein Ich hätte keine rote Blätter, das krieg ich auch Nein Naja, gehen wir zurück Und was mehr Auf den Insel So, ich bin auch schon übel weit weg von unserem Haus Ich bin nur in eine Richtung geflogen Dass wir jetzt wieder gleich zurückfliegen Oh man Schöner Hut Den hätt ich gerne Soll ich bestimmt bis zum In der Folge Richtforen Ist so als Schicken Wie oft verwandelt man sich in den Checken das schon Ich glaub da ist ein Fehler drin Ähm So Bad Was wollte ich? Bad, bad, bad Ah ja Wird mal Hut Okay, da sieht sich scheiße aus Doch Der nimmt Und äh fuck Ist Achso Ich war mit einem komischen Schliedermaus kann kein Hut dran Oder geht Behauptung, sag ich jetzt mal Behauptung, nee, das ist einfach Komischen Hauptsäure rum Ach, wir haben schon ein Hut Oh Scheiße Ich klicke jetzt erstmal zurück Ich werde wahrscheinlich mal einen Hausweiter bauen Oh, ich bin ja mal unseren Spawner Witch Witch-Spawner vorbei Okay Zuckerrohr Ich hab noch einen Spawner gefunden Was diesmal für einen Spawner ist Ich glaube echt, man kann später Spawner abbauen Für Let's Spawner Ja Ja, was willst du? Die sammeln oder was? Ähm, ja Sammeln und alle in eine Falle machen Alle in eine Falle machen Hm Oh, ich hab einen Villager dort gefunden Echt Cool Ja Wie bitte? Danach habe ich vorhin gesucht Aber Oh, Schweine Richtiger Sehr gut, erstmal markieren Ist das Leder oder? Sondern Die Schweine lassen zwei Sorten von Fleisch fallen Okay Ja, das hat alles schon was zu essen So, was gehen die denn hier schönes? 12 Bücher für einen Emerald Kannst du nicht mal Boah, und die waren ja immer alle Emeralds Ja, die sehen so klein aus Guck mal was die Nein, 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 nein Ich gucke nicht zu Oh, goddammit Bei dem Texture Packet reden die ja alle Den Gantmann die ganze Zeit Oh, god Was? Der redet die ganze Zeit Ich hab Gantmann, also sie wissen schon Echt? Ja Nein Oh, goddammit Der wird mir ja verrückt Oh, mein, fucking, god Das ist Weißt du was ich gefunden hab? Dammit Der wird mir echt verrückt Ich muss nach Hause, muss das Zeug herkriegen Und unbedingt wieder herkommen Ich hab was richtig geiles gefunden Sag ich dir Sag ich dir Was ist das? Ja, cool Wie Häuser hier aussehen Ich hab jetzt schon neun Geld für einen Emerald Hm Naja, die besten Preise haben sie nicht unbedingt Aber sie haben den kompletten Zombie und Creeper Leggings und so Ähm, ja Tote gibt's hier auch noch Die Ahnen Wie ausgräbst, kommst du unten Tote durch Sehr gut Und noch in die Schmiede Und noch in die Schmiede Gern Also hier muss ich unbedingt nochmal hin Weiß ich nicht, willst du vielleicht mitkommen? Alter, kannst du echt was gutes absnacken Kennst du diese vorgefertigten Formen, oder? Ja Davon sind da über 10 Stück drin Und das heißt, du kannst hier diese Schwerter gießen Diese Nicht craften kannst, sondern nur gießen kannst Weißt du? Okay, ja, ja Da sind übel viele Formen drinne und so weiter Noch ein Haus Viel Glück muss man haben Ich hab einfach noch ne Noch ein Hexenhaus gefunden Und noch ne Cover Bitch getötet Also die Folge verläuft mehr als gut, muss ich zugeben Okay Und bei dir so Ja, also das was ich so sammeln Cool Endlich eigentlich mal nen Hut zusammen Oder ist immer noch oben ohne Ohne Haupt Ich hab jetzt nen Hut ja Aber als Fledermaus hat man keinen Hut offenbar Ja Ja, das ist Finde ich schade Gucken wir ob ich jetzt einen hab Ja, sieht etwas komisch aus Aber ich hab irgendwas im Gesicht Ja, dann guck ich immer Sieht etwas mutiert aus, ehrlich gesagt Okay Ah, so ein Trend noch hier Schau Ähm Ja genau, wir sind gleich da Sehr gut Ich hätte immer noch keine Fledermaus gefunden Ich hätte den ganzen Weg laufen müssen Lächter Marsch. Okay. 1... 5... 5... 5... 5... 5... Okay. Game, schon. Game. Fidi, was meinst du? Soll ich jemand wollen oder nicht? Ich weiß nicht, musst du entscheiden. Hier ein Match rollen. Oh, dann sind die alle böse. Ähm... Sam muss weg. Für was man alles Eisen braucht. Ja, so... 2, 10... Halt uns. Für was ist er? Hm? Was hast du gesagt? Für... Für was man alles Eisen braucht. Oh, ja. Ich verwandle mich jetzt einfach mal in so eine... Oh, der ist weg. Scheiße. Fack. Egal. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen an meinem Haus weiter. So, dass jetzt gut ist, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, ich habe mal schon mal ein... ein Gun-Modification-Table. Cool. Jetzt brauche ich auch eine Waffe. Das war eine sehr lange Aufnahme von ihm. EG schon mal der Stelle. Aber wir sind auch jetzt schon bei 20 Minuten und deswegen... Ja, das stimmt. Müsstest du die Aufnahme beenden. So, dann dankt mir fürs Zusehen. Hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Dann sage ich mal meinerseits auch... Macht's gut. Und... Ciao. Ciao.